Wenn Witze Realität werden. Sag mal Ananas. Okay, Ananas. Deine Hose ist das. Ey, aber... Das kriegst du zurück. Was ist das? Sag mal, Klettergerüst. Klettergerüst? Haha, dich hat nackter Mann geküsst. Na warte. Sag mal Tomate. Tomate? Dein P*** ist kein Karate. Nein, 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 nein. Oh. Aber hast du nicht gerechnet, was? Doch, deine Mutter war die Prüfung. Und jetzt hat mein P*** den schwarzen Gürtel. Oh. Ich? Wer? Ich? Deine Mann? Nein. Wer hat gefragt? Du hast gefra... Hallo? Hallo? Hörst du?